Alle Videos auf YouTube sind per Copyright geschützt und besitzen eine Nutzungslizenz. Videos, die mit der sogenannten Standard-YouTube-Lizenz versehen sind, dürfen weder heruntergeladen werden, noch dürfen sie ganz oder in Teilen in Neumischungen verwendet werden. Sie dürfen allerdings von anderen Webseiten verlinkt, auf anderen Webseiten eingebettet oder per Mail versandt werden. Dazu bietet YouTube die Teilen-Option an, die auf benutzerfreundliche Art und Weise die Standard-URL des Videos zur Verlinkung, den HTML-Code zur Einbettung des Videos auf Webseiten oder entsprechende E-Mail-Optionen vorgibt. Werden Videos mit der sogenannten Creative Commons Lizenz versehen, können sie unter entsprechender Quellenangabe in anderen Videos frei verwendet werden. Mit anderen Worten, ein Video darf kopiert oder verbreitet werden und es dürfen abgeleitete Werke daraus erstellt werden. Der ursprüngliche Urheber muss dabei allerdings namentlich genannt sein, zum Beispiel so. Will man ein Video mit der Creative Commons Lizenz versehen, muss sichergestellt sein, dass man für alle Elemente des Videos das Urheberrecht besitzt, beziehungsweise dass die Nutzungsrechte aller verwendeten Elemente eindeutig geklärt sind.